Und bitte, stets bemüht, der Podcast mit Mirella und Carlo. Oder haben wir gesagt Carlo und Mirella? Ah, wirklich? Weiß ich nicht mehr. Wir können doch Carlo und Mirella sagen. Was klingt denn besser? Weiß ich auch nicht. Carlo, Mirella, Mirella, Carlo. Also mir ist egal. Mir ist es auch egal. Okay. Danke. Stets bemüht, der Podcast mit Mirella und Carlo. Ich gebe dir ein Update, Carlo. Es geht um den Film Saltburn. Ach, endlich. Die Leute warten drauf. Ich bin die Leute. Ich habe ihn immer noch nicht geguckt. Oh nein. Das ist mein Update. Aber ich habe auch einen guten Grund. Ich folge einer Person auf Instagram. Ich kann das jetzt nicht sagen, wer. Die hat ihre ganze Persönlichkeit dazu gemacht, dass sie Saltburn geguckt hat. Und ich kann es nicht. Ich ertrage es nicht. Und ich? Jetzt ist es raus. Du hast noch gar nichts zu Saltburn gemacht. Oder? Doch, du hast gestern den Soundtrack. Stimmt. Gestern eine, zwei Storys. Das waren ganz tolle Dance-Moves. Danke. Wollte ich dir nochmal ein kleines Lob geben. Danke. Von einer erfahrenen Tänzerin, die ich bin. Aber diese eine Person, die macht wirklich alles zu, es geht die ganze Zeit nur ums Saltburn. Das macht mich, kennst du das, wenn jemand so aggressiv dir etwas ins Gesicht zeigt und sagt, du musst es gucken, du musst, du musst, du musst. Dann bin ich nicht. Dann bin ich ein rebellischer Teenie und sagst, ich kann es nicht. Das kenne ich voll, das Gefühl. Das ist auch, allgemein war ich das auch am Anfang von allen Serien, so bevor ich angefangen habe, Serien zu schauen. Ich brauche das nicht. Ich bin auch anders als alle anderen. Genau, ich schaue meine Filme auf Movie 2K und sonst brauche ich nicht. Und dann irgendwann, naja, macht man es doch. Ja, ich bin kurz davor, aber ich finde halt, für mich ist es total crazy, in meinem Kopf abends sich hinzusetzen und einen Film anzumachen, kostet mich ganz viel Überwindung. Zwölf Folgen von einer Reality-TV-Show, gar kein Problem. Die ist viel länger als der Film im Endeffekt, aber ich finde so dieses Commitment, sich jetzt eineinhalb, zwei Stunden oder ich weiß nicht, wie lange der Film geht, sag mir nicht, dass er drei Stunden geht. Nein, nein. Da hätte ich mich auch gewundert, wenn die Mädel dann jetzt diese Aufmerksamkeitsspanne noch irgendwo herkriegen, aber das ist für mich wirklich manchmal so ein großes Commitment, das ist fast wie, weiß ich nicht, wie eine Ehe. Ja, ehrlich gesagt schon. Vor allem bei so einem Film, wenn du weißt, dass es danach so dieses, die Lore geht dann erst los von diesem Film und du musst dich dann weiter damit beschäftigen oder also du wirst damit konfrontiert dann noch weiterhin. Finde ich voll. Ich bin auch eher Filme am Wochenende. Ja, es ist ein Wochenende. Oder wenn man krank ist, dann ist es auch erlaubt unter der Woche. Aber sonst auch nur abends eine Serie, weil man jederzeit auch aufhören kann und raussteigen kann. Na klar, weil ich habe ja dann was anderes noch zu tun, da fällt mir noch ein, ah, ich muss hier noch irgendwie mich um die Wäsche kümmern, ah, ich bin müde, ich möchte schlafen. Das ist es meistens. Nee, aber dann ist es auch nicht schlimm, wenn man einfach am nächsten Tag mitten in der Episode weiterschaut, das ist egal. Einen Film muss man durchschauen im Idealfall. Da muss man sich auch vorher, finde ich, vorbereiten. Man braucht Snacks, man braucht Drinks, man muss nochmal Pipi machen. Genau. Also es muss wirklich alles stimmen. Es muss die richtige Temperatur sein, brauche ich vielleicht noch eine kleine Wärmeflasche oder muss ich meine Socken noch ausziehen, damit irgendwie eine Belüftung stattfindet. Ich finde, ein Film ist wirklich, das ist nicht so, das kann man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Fände ich auch nicht. Man muss aufpassen. Aufpassen auch. Wenn die nichts, also die ganze Zeit daneben haben oder so, ja. Sonst bist du 20 Minuten im Film drin und kannst von vorne anfangen, weil du nichts mitbekommen hast. Ist so. Und sonst denkst du dir, hä, wer ist eigentlich diese Person? Das liebe ich aber auch manchmal an den Serien, die ich immer wieder anschaue, weil ich eh schon, das ist scheißegal, wenn ich da eine Szene, ich weiß eh, was passiert ist. Da kann ich nebenbei am Handy daddeln. Übrigens, auch ein Update zu meinem Vorsatz, weniger Handyzeit. Ich habe mir jetzt erst mein Handyspiel runtergeladen. Welches? Ich bin schon wieder fast drüber hinweg, aber jetzt muss ich noch erzählen, bevor ich dann das wieder hinter mir lasse. Das heißt Adorable Home und ich habe ganz viele Katzen. Ich habe zwölf Katzen da drin. Wow. Ich habe einen Freund. Adorable, möchte ich sagen. Adorbs. Totes. Und um die muss ich mich alle kümmern. Und die Währung dort ist nicht Geld, sondern Leben. Nein. Ja. Und deswegen muss ich mich um die kümmern und wenn ich das mache, kriege ich Liebe von denen und kann mir dann schicke Möbel kaufen. Mit Liebe kaufst du dir dann Möbel? Ja. Das ist so, wie manche Firmen denken, dass wir Influencer Geld verdienen. Ja. Ja, aber du brennst doch für dieses Produkt. Du setzt dich doch gerne für Tierrechte ein. Du machst doch umsonst Werbung. Echt so? Ich schicke dir doch gerne das Shirt. Ja, und dann kannst du auch deinen Einkauf mit Liebe bezahlen. Ja, leider wirklich so. Ja, und das ist jetzt dein neues Spiel? Das ist mein neues Spiel und seitdem ist, glaube ich, die Handyzeit jetzt, die Bildschirmzeit nicht wirklich zurückgegangen. Ich habe schon gedacht, dass du vielleicht so mit Candy Crush oder sowas anfängst. Hätte ich bei dir mir auch gut vorstellen können. Nee, aber das ist ein Handyspiel, da muss man ganz viel Werbung schauen. Ja, das kannst du nicht. Also da kommt dann immer zwischendurch, kommt dann mal wieder eine Werbung und einfach eingespielt, musst du durch. Und da kommt ganz oft Candy Crush. Da ist man erst wieder ins Gedächtnis gekommen und dann steht da immer, Candy Crush, zehn Jahre ist es jetzt alt. Das gibt's nicht. Ja. Und ich wette mit dir, es gibt Leute, die spielen das. Ja. Immer noch aktiv. Ich habe letztens das Jahr 2015 irgendwo gelesen und habe dann gedacht, krass, da war ich zwölf, aber das stimmt gar nicht. Da war ich zwölf und zwölf. Und 2015? Nee. Ja. Doch. Kann ich rechnen? Ja. Ja. Ja, ja, doch. Da war ich ein Jahr vor dem Abi. Ja, also zwölf. Also zwölf. Ja, crazy. Du warst das wirklich. Weil ich ja immer durchgefallen bin, war ich ein bisschen älter. Aber die Zeit ist ganz komisch. Ich finde auch, dass 2016, habe ich ein anderes Thema wieder, 2016, dass das acht Jahre, nee, nee, warte mal. Doch. 16? Acht Jahre her ist. Hä? Ja, das ist wild, ne? Das geht gar nicht. Voll. 2018, äh, 2016 ist doch irgendwie zwei Jahre her. Mhm. Das habe ich eben auch. Ja. Und 2016, wenn es acht Jahre her ist, da habe ich Abi gemacht. Das heißt, in zwei Jahren habe ich zehnjähriges Abi-Jubiläum. Als ich gedacht habe, ein zehnjähriges Abi-Jubiläum, das sind alte Leute, die da hingehen und sich da wiedersehen. 30-Jährige fand ich ultra alt. Ultra alt? Ultra alt. Als hätten die, ungefähr dein Leben ehrlich gesagt, als hätten die in ein Haus, als hätten die Kinder, einen Hund. Verheiratet. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Da bin ich ja ganz weit weg von. Gab es bei dir schon so ein Abi-Treffen oder sowas? Ja, es gab es erst letztens tatsächlich. Ja, gab es so ein Abi-Treffen. Ich bin hin. Es war ganz süß. Es war ganz nett. Es war irgendwie auch so, teilweise hatte ich das Gefühl, die Leute sind immer noch so, auch so schüchtern irgendwie, wie man das vielleicht noch in der Schulzeit war, wo ich sage, also ich habe auch schon noch so eine Schüchternheit, aber gerade bei diesen Leuten, mit denen ich irgendwie teilweise sechs, sieben Jahre miteinander verbracht habe, da hatte ich das Gefühl, da kann ich schnell wieder rein ins Gespräch. Aber es war ganz interessant, dass dann so auch wieder so alte Muster irgendwie aufbrechen oder man sich denkt, krass, du hast dich gar nicht verändert irgendwie. Es war sehr interessant, aber ich fand es voll nett, weil es war wenig auch so, ja und ich habe jetzt, ich habe den krassen Job und ich habe das gemacht, sondern es war eher so irgendwie einfach, ja, ich bin geschieden und ja, ich habe das, also es war irgendwie so sehr angenehm, so von den Gesprächen, also ich fand es sehr angenehm von den Gesprächen. Die, die immer besoffen waren, waren auch diesmal wieder besoffen, weil da hat sich auch nichts geändert. Ja, das war wirklich nicht schön. Also du. Ja, ey, 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 ey. Es war irgendwie schön. Ja, eigentlich hat man ja einen guten Einstieg, weil man weiß genau, worüber man reden kann. So, was hast du für einen Job, was ist seitdem passiert und oh mein Gott, weißt du noch, so die damalige Zeit. Ja, voll. Als ich in der Schule war, habe ich aber gedacht, bis zum Abitreffen, bis zum Jubiläum, da muss ich es geschafft haben. Da muss ich mit der Limo vorfahren, so ungefähr und muss es allen zeigen, wie gut ich bin. Ja, stell dir das mal vor, du würdest das machen und würdest so performen. Ja, richtig, das ist so deine Stage und du kommst rein und es ist so, hi. Das wäre wirklich krank unangenehm. Allen anderen ist es auch einfach scheißegal. Es ist einfach so. Es war auch niemand dabei, ich überlege gerade, ob es irgendwer war. Wahrscheinlich war es ich dann. Aber für alle anderen. Ja, also ich meine, ich hatte da meinen Herrn Make-up-Stylisten dabei, der zwischendrin bei Touch-Ups im Gespräch gemacht hat. Na klar. Du bist auf ein Trapez reingekommen hier. Ja, natürlich. Ich habe darauf geachtet, dass da eine Softbox immer so steht, dass die Poren möglichst irgendwie ausgeblendet werden, natürlich. Aber das sind ja ganz normale Vorkehrungen, die man halt trifft als Celebrity, der ich ja bin. Klar war der Bodyguard in der Ecke gestanden und hat seine Waffe allzeit bereit, falls mir irgendwer zu nahe kommt. Natürlich. Muss man an. Aber das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Du kennst es, Carlo. Na klar, ich gehe ohne nicht mehr raus. Auf gar keinen Fall. Ich habe das jetzt gesehen, apropos Bodyguard. Ich folge ja Kim Virginia auf Instagram. Ich weiß nicht, ob du auch. Das ist doch klar. Das ist doch klar. Und Leila. Und die sind ja beide, sind ja jetzt bereit für den Dschungel. Und die haben immer Bodyguards dabei. Aber nicht, weil die in Australien von irgendwelchen Tieren angegriffen werden könnten, sondern damit die sich nicht gegenseitig begegnen, über den Weg laufen und sowas. Ach so, dann sind die untereinander connected, die Bodyguards. Ja. Ach, wieso dürfen sie sich nicht sehen? Ich dachte, dass vielleicht, weil einer Covid hat und dann die anderen ansteigt oder sowas. Nee, das glaube ich nicht, weil die sind da wild unterwegs. Die machen da schon Party, da wird gesoffen, da wird Essen gegangen. Ich glaube, Covid ist kein Problem. Ist vorbei. Gibt's in Australien, gibt's sowieso gar nicht. Da war das noch nie. Nee. Ich glaube, es ist wirklich so, weil die nicht wollen, dass man so dieses Erste aufeinandertreffen muss. Na klar, Kim Virginia und Mike Heiter, die müssen ihr Erste treffen. Das möchten wir ja sehen. Hallo. Ich habe gesehen, dass Kim Virginia jetzt erst, als sie in Australien ist, scheinbar erfahren hat, dass man da erstmal hin muss in dieses Camp. Also, dass der Weg, der dorthin ist, auch schon geschehen wird. Das wusste ich aber auch nicht richtig. Du hast es auch nicht richtig geschaut, ne? Dass man entweder irgendwie so wandert oder aus dem Helikopter springt. Ich glaube, meistens ist es sogar beides. Sie springen erst aus dem Helikopter und dann von dort aus wandern sie zum Camp. Ist es aber neu oder war das schon immer so? Ich dachte, das wäre schon länger so. Das klingt so nach Survival-Mode eher so. Im Prinzip ist es ja auch so. Hast du sowas mal gesehen? Noch nie geschaut. Ich auch nicht. Werde ich auch nicht schauen. Noch nie. Ich habe das mitbekommen von allen Seiten. Und das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, wenn es alle schauen, dann bin ich jetzt wieder anders als alle anderen. Nee, bei mir war es eher, dass Fritz Meineke ziemlich rechts ist. Das war ein Grund, das nicht zu schauen. Und das kam dann auch noch raus und dann war ich so, ja gut, jetzt brauche ich auch nicht mal anfangen mit dem Zeugs. Und wenn ich mal in dieses Alter komme, Survival für mich zu finden, dann gibt es da bestimmt andere Shows, auch Bear Grylls oder sowas. Würdest du bei sowas mitmachen? Nein. Ich habe da auch gar kein Interesse daran. Also wie lange würde ich da überleben? Meinst du jetzt bei so einer Show wie Seven vs. Wild? Ja. Nee. Ja, weil manche Leute sind ja so, oh, ich will diese Challenge und ich will mich da herausfordern und das ist so eine einmalige Chance und so, aber nee. Nee, also nee, und dann bist du ja auch noch, dann bist du ja auch noch alleine auf dich gestellt. Ohne Mikrowelle. Ist so, boah, nee. Oder, also würdest du eher im Dschungel oder bei Seven vs. Wild mitmachen? Also dann habe ich mir auch nochmal überlegt, Dschungel, das sind ja wirklich so Prüfungen, wo du irgendwas essen musst. Kim Virginia ist jetzt extra kein Veggie mehr, damit sie keine extra Wurst. Ja, sie war Veggie. Und sie wird danach wieder Veggie sein, aber sie isst gerade Fleisch, um sich das ein bisschen anzutrieren, weil sie keine extra Veggie-Wurst möchte, sondern sie möchte das volle Programm haben. Krass. Das, diese Essenssachen finde ich krass eklig und so kleine Tiersachen, wo so krabbeln. Also ich will, ich finde das immer, das ist ja immer so dieses, oh my God, I'm so girly, I cannot, like, ugh. Aber es ist einfach, ich habe letztens Lebensmittelmotten zu Hause gehabt und naja, wenn man sie letztens hatte, dann hat man sie auch noch über eine längere Zeit, also ich habe sie immer noch, ziemlich sicher. Und da habe ich, das ist jetzt so ein bisschen eklig, ich habe ja die Maden in einem Gewürz drin gefunden. Ich habe mich übergeben. Wirklich? Übergeben, übergeben? Ins Gewürz? Ich hatte mal, dass ich mich schon mal Lebensmittelmotten übergeben habe. Also die Maden machen mich auch fertig. Einmal in den Garten, einmal auf die Toilette. Ich finde das, mich ekelt das so extrem. Ich weiß nicht, ob das nicht die Schwangerschaft nochmal doller ist, aber ich kann mich da, das ist ja wirklich auch mental, ich hatte das ja nicht im Mund oder so. Dieses Maria, oh Gott, da kommt es ja gleich hoch. Aber, sondern einfach nur dieses, ich kann dann auch an nichts anderes denken. Ich habe mich dann auch vor den Fernseher gestellt und irgendwas angeguckt oder schnell Reels geguckt, damit ich abgelenkt werde von meinem Gehirn und bin ganz so, am Wirken, weil es ist so ekelhaft. Und ich weiß, dass ich wirklich bei diesen Challenges, ich hätte gar keinen, warum würde ich mich dem aussetzen? Ich glaube, ich hätte da auch keine Chance. Also ich wäre super schlecht in den Challenges und ich würde erst recht eben Veggie bleiben, weil das ist ja die beste Ausrede. Ja, sorry. Aber da müssen wir auch mal, also dann esse ich lieber nur Reis und Bohnen. Da hätte ich jetzt auch nicht so ein großes Problem. Ich glaube, das ist die Menge. Die bekommen sehr wenig. Ich glaube auch. Hungrig bin ich wirklich unerträglich. Und das ist ja auch das, was die wollen. Und dann kriegst du ja diese ganzen Gespräche und diese Überreaktionen und diese Gereiztheit. Ich glaube, meine Karriere wäre vorbei, wenn ich so ein Format machen würde, weil ich glaube, ich würde wirklich mich von der schlimmsten Seite zeigen. Die Leute wären so, oh mein Gott, das ist Queen Mirella. Ich glaube auch, man sitzt da immer vorm Fernseher und denkt sich so, wie können die sich so verhalten, stell dich nicht so an. Und also sobald ich dort wäre, wenn ich einen halben Tag nichts gegessen habe, da kippt ein Schalter um. Ich habe dir schon mal von meiner Saftkur erzählt, die ich mal gemacht habe. Wie lange hast du durchgehalten? Naja, ich habe dann einen Großeinkauf gemacht. Das war damals noch in der WG. Das ist ja schon ewig her. Das ist schon ewig her. Da habe ich mir einen Entsafter geholt. Ich habe gesagt, du, ich werde die nächste Woche, ich werde eine Woche eine Saftkur machen mit frisch gepressten Säften, die selber, na klar, na klar, da habe ich, aber es ist ja auch wichtig, dass man dann nicht nur die süßen Sachen, sondern auch Sellerie, auch Gurke, ne, all solche Sachen. Eine rote Beete. Alles mögliche. Naja, ich habe dann morgens damit angefangen. Am Abend habe ich schon einen Salat gegessen, weil ich nicht mehr konnte. Ja. Also ich hatte so Hunger, mir ging es so schlecht. Ich dachte, nee, ich bin, also, nee. Das hört man ja mal, dass man den ersten Tag oder dass man es irgendwie durchhalten muss am Anfang. Für was? Bis ich mich da dran gewöhnt habe. Ist die Woche schon rum? Und ich denke mir, aber für was? Also wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich meine Cola, eine Cola Zero weglasse, dann ist das schon in Ordnung. Wenn ich mich gesund ernähren würde, dann wäre das doch auch schon was. Na, da muss ich nicht in eine Saftkur. Und dann auch noch alle anderen. Magen krummelt die ganze Zeit. Richtig Hunger jetzt. Ich habe heute die ganze Zeit Aufstoßung. Also heute haben wir alle Körpergeräusche mit dabei. Was ich gedacht habe, auch bei dieser Saftkur, ist es so gesund? Das ist ja eh. Also wenn du mich fragst, ist es natürlich nicht gesund. Wenn ich aber jetzt eine Saftkur machen möchte, dann wird die wieder ganz gesund sein. Also ich, ne, mache ich mir, wie ich möchte. Da ist, ich glaube, die Geister streiten sich. So Fasten ist an sich, glaube ich, nicht schlecht. Aber so richtig, keine Ahnung. Ja, aber ich kenne mich. Wenn ich dann an Tag eins nach der eintägigen Fastungskur, die ich dann eingelegt habe, mir einen fetten Burger wieder reinpfeift, dann ist das auch für die Katz. Ja. Also kann ich es auch gleich sein lassen. Aber das schmeckt ja dann auch gar nicht mehr. Ist ja viel zu salzig, viel zu… Achso. Die Geschmacksknospen, die haben sich ja dann ganz verändert. Da willst du den Burger, den willst du gar nicht mehr craven. Du wirst sagen, nee, danke, ich würde einfach einen kleinen Beilangsalat nehmen. Ohne Dressing. Ohne Dressing zu bezweifeln. Ja, ohne Dressing auch noch, genau. Das ist so richtig schön am Gaumen im Button bleibt. Ich habe tatsächlich, bevor ich Struggle geworden bin, war ich kurz davor, mir so einen Fasten-Retreat zu buchen. So in irgendeinem Hotel hier in Bayern, wo man so dann zehn Tage oder so fastet. Das kann ich mir aber eher vorstellen, weil man dann in einer Gruppe ist und dann nicht alleine sich selber sowas zubereiten muss oder so. Aber ich glaube, da isst man dann wenigstens eine Suppe. Ja, ich glaube auch, man trinkt so Brühe, sowas. Und dann gibt es auch so Säfte und dann, also man hat dann so Tees und solche Sachen. Aber ich glaube, also ich glaube, es ist hart. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich dann so einen gesetzten Rahmen habe und es dann irgendwie auch eine kleine Massage zwischendrin kriegt, dann lässt es sich vielleicht aushalten. Weißt du es nicht mal? Voll. Und du bist alleine. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich mein Problem. Ich wäre, glaube ich, für alle, die um mich rum sind, eine Last. Weil ich unerträglich werde, wenn ich dann, also das merke ich ja auch selber, aber man kommt dann nicht aus seiner Haut und man kann sich dann zu einem gewissen Grad beherrschen, aber nicht auf Dauer. Nee. Was ich gerne mal machen würde, ist so ein Kloster, so ein Schweigekloster. Das finde ich auch gut. Und um mich da mal selber zu testen, weil wie viel ich daheim rede, vor mich selber hin. Ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwann so ein creepy Mann werde, der so durch die Straße läuft und so was redet. Wenn ich so was redet. Ja, genau, so was. Wo man eigentlich, hat er mich angesprochen, ist alles gut? Ich glaube, außen kann ich mich noch ganz gut beherrschen, aber auch manchmal, wenn ich mich filme und dann irgendwas bastel und nebenbei, und dann schaue ich mir das danach an und es ist eine kleine Sache, die da einfach aus mir rauskommt, aber die ich nicht bewusst gemacht habe, sondern einfach, naja, wir haben Gedanken einfach kurz ausgesprochen. Oh mein Gott, das ist super wichtig. Und dann denke ich mir, das dürfte man dann ja auch nicht im Schweigekloster. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich meine, in deinem Zimmer überwacht das wahrscheinlich keiner. Man kann wahrscheinlich machen, was du willst. Das ist ein Babyfone angeschlossen. Aber ich habe das ganz oft, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich was laut ausgesprochen habe oder gedacht habe, ganz, ganz oft frage ich so, habe ich dir das schon gesagt oder habe ich nur gedacht, dass ich das dir sagen muss oder so. Das habe ich so, so krass oft, dass ich wirklich nicht weiß. Also, dass ich dann auch, ich fange dann an, was zu reden und bin so, habe ich dir kurz Kontext gegeben oder war das alles in meinem Kopf vorher? Ja, so ein richtiger Gedankensprung. Also, dass man so, aber man hat eine ganz, ganz krasse Herleitung und dann sagt man so einen Satz wie, ja, das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Und es ist so, wo sind wir gerade? Ja, genau. Herr, in meinem Kopf hat das alles Sinn ergeben. Oder bei kompletten Geschichten, wo ich mir mal nicht sicher bin, habe ich jetzt dir erzählt, habe ich dir jemand anderem erzählt, ich weiß dann immer gar nicht mehr. Es wird mit dem Podcast auch nur schlimmer. Wir sind jetzt bei Folge sieben, acht. Acht, glaube ich, ja. Und ich habe jetzt schon manchmal das Gefühl, wenn ich mir eine Notiz aufschreibe, so, habe ich das schon mal erzählt? Das ist der volle Titel. Habe ich dir das schon erzählt? Aber das Ding ist, ich habe mir gedacht, ich werde nie wieder im Podcast sagen, ich glaube, das habe ich schon mal in der Folge erzählt, ich werde es einfach erzählen. Ich werde einfach erzählen, weil die wenigsten werden ja sagen, das hast du schon zwölf Mal erzählt. Wenn ich es mehr als dreimal erzählt habe, kannst du mich darauf hinweisen. Ich bin dabei. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wir lassen es einfach zu. Wir sind wie so meine Mutter, die dann die gleiche Geschichte zwölftausend Mal erzählen. Ja, wir sind auserzählt nach Folge acht. Aber ich finde es in Ordnung, weil ich erkenne es auch von anderen Podcasts, die ich höre, die dann auch Storys wiederholen oder ich denke mir auch, ist auch egal. Da sind ja auch wieder neue Leute dabei. Genau. Die muss man ja auch wieder abholen. Ich bin auch ein bisschen selber schuld, wenn ich wirklich alles von diesen Leuten konsumiere. Ein YouTube-Video, ein Podcast, Instagram und so, dann bin ich auch selber schuld, wenn ich was doppelt präsentiert bekomme. Ich finde auch, wir sollten die Leute gaslighten und sagen, ihr seid selber schuld. Genau. Wenn ihr die Geschichten zwölf Mal hört, dann hört halt auf, die ganze Zeit uns zu folgen und alles zu konsumieren, was wir machen. Bitte nicht. Aber macht es bitte weiterhin und lasst eine fünf Sterne Rezension bitte da und folgt uns. Ja. Aber nicht im echten Leben. Bitte nicht im echten Leben. Aber trotzdem, ich finde das überhaupt nicht schlimm, stört das auch nicht bei anderen Leuten dann. Nee, ich dachte auch, man darf sich da auch nicht so ernst nehmen. Ganz ehrlich, du machst das seit zehn Jahren. Wie kann man da nicht irgendwann Storys wiederholen und Sachen nochmal referenzieren oder wie man das nennt? Keine Ahnung. Was gut ist, dass in den zehn Jahren auch noch neue Sachen passieren. Aber in sich, ja, ich würde jetzt einfach bei Jahr Null nochmal anfangen, dachte ich. Wir fangen einfach nochmal im ersten Babyjahr an und dann arbeiten wir uns über die Folgen. Babyjahr wirklich. Ich dachte. Christus Null. YouTube Null. Dann wären wir mal wieder bei Australien. Eine kleine Videoserie vorbereitet über meine Zeit in Australien. Ja, Australien scheint ein Thema, diese Folge zu sein. Jetzt waren wir schon im Dschungel dort. Jetzt sind wir schon wieder dort. 2011 habe ich ja Abitur gemacht. Warst du dort? Dann bin ich dann nach Australien. Nee, 2012 war ich erst da. Ich habe da noch das neue Jahr in Neuseeland einklingen lassen. Da habe ich gedacht, das Feuerwerk in Sydney, wenn ich schon mal so nah dran bin, das lasse ich mir entgehen. Da möchte ich nicht, da bin ich nach Wellington gegangen und da war es so windig, dass das Feuerwerk abgesagt werden musste. Oh, wirklich? Ja. Ach, schade, na gut. Ja, aber das Schöne ist ja, dass es ja viele Länder gibt und ich glaube, Neuseeland gehört dazu, wo es nur so Public-Feuerwerk gibt und das finde ich ja eigentlich ganz schön. Das ist dann nur so hier an der Promenade, hier am Wasser, da gibt es ein großes Feuerwerk, gab es ja dann nicht, weil großer Wind und sonst aber keiner böllert hier privat rum. Das finde ich ja sehr, sehr, sehr schön. Dabei hast du dir extra schon die Böller aus Deutschland mitgebracht. Na klar, ich habe sie mitgebracht. Die alte Böllerin. Aber da war auch wirklich dann wie so ein bisschen Weltuntergangsszenario damals, alles war zu. Das Einzige, was offen war, war McDonalds. Da war es so in Ordnung. Ja, da habe ich dann die Fastenkur, die habe ich ja da auch gemacht, habe ich mal wieder unterbrochen und da haben wir eine riesige McDonalds-Bestellung gemacht, das weiß ich noch, das war echt geil. Ja, das glaube ich. Das war immer so, kennst du das, wenn du wo bestellst und dann gehen die schon so weg und dann hätte ich aber noch gerne noch den Burger und noch zwei Eis. Und noch. Hast du es krachen lassen? Da habe ich es krachen lassen. Aber schau mal, eigentlich, das ist auch viel besser. Also du hattest da einen Plan, was du machen möchtest an dem Silvester und ich glaube, es wäre eh besonders geworden, weil du bist nicht daheim, es ist ein anderes Land, ein neues Ding, das erste Mal so erlebt. Aber weil es nicht so gelaufen ist, wie es geplant war am Anfang, hast du es noch viel besser. Und es ist eine viel bessere Story. Es ist richtig im Kopf geblieben. Schau mal, weiß ich nicht, wie viele Jahre später, kannst du immer noch darüber sprechen. Ja. Und das Sydney-Feuerwerk, das habe ich mir dieses Jahr auf YouTube angeguckt. Ehrlich? Ja. Wow. Wir haben das so gemacht wie das Video, was du mir gesagt hast. Also nicht ganz so extrem. Ja. Aber wir haben gesagt, jetzt gucken wir das Feuerwerk an und da habe ich dann auf dem Fernseher, habe ich in der YouTube-App, habe ich dann so Sydney-Stream, da bin ich erstmal auf so ein, habe ich gar nicht gecheckt, dass das nicht so ein offizieller Stream war, sondern irgendjemand, der das gefilmt hat und gleichzeitig gestreamt hat. Aber ich habe es dann gemerkt, dass die Kamera so schief war und so komisch gewackelt. Und ich dachte so, ist das wirklich official Sydney-Fireworks? Sollte das nicht besser ausgehen? Ich bin mal kurz selber an der Seite von der Kamera vorbeigeschaut, um auch was zu erhaschen. Ich bin mal gecheckt, dann bin ich nochmal in einen anderen Stream reingegangen, das war wirklich toll. Ich finde, und das ist vielleicht eine Sache, vielleicht können wir die für nächstes Jahr auf die Beine stellen. Ich finde es, oder fände es cool, wenn es so verschiedene ReporterInnen gäbe, muss ja keine Reporter-Reporter, also nicht Tagesschau oder so, es muss nicht seriös sein, sondern wirklich so ein bisschen, so wie Eurovision so ein bisschen den Touch hätte, dass dann wirklich eine Show läuft, die läuft überall auf der Welt, ist auf Englisch, Franz, vielleicht so wie Duispoin, so könnte das sein. Könnte die Enkel machen, die kann ja Englisch, Franz, Zisch, Deutsch. Richtig, kannst ja bald mal mit ihr sprechen. Und dann wird so von Jahr für Jahr in jede Zeitzone oder von Uhrzeit zu Uhrzeit, Stunde für Stunde in jede neue Zeitzone geschaltet und dann ist da wieder 0 Uhr. Das finde ich richtig cool. Und dann hast du den ganzen Tag, hast du eine TV-Show, die du schauen kannst, im Hintergrund anhaben kannst. Und es ist die ganze Zeit 0 Uhr und es ist jede Stunde, es ist 10, 9, 8, 7. Du kannst es jedes Mal wieder anstoßen, du kannst auch ins Bett gehen. Was ist das 6er-Französisch? 6, oder? 5, 4, 3, 3, 3, jetzt Spanisch brauchen wir noch, 2, 1, Feliz Completa. Ist das neues Jahr? Du könntest mir anders sagen. Schwelle, nee, das ist auch wieder, ich kann nur alles gut zum Geburtstag. Was ist denn? Happy New Year. Ja, richtig. Also Spanisch bin ich auch raus, ich kann ja nicht so viele Sprachen. Aber wo wir gerade bei Englisch sind, wir kommen gerade aus einem International Call. Du hast mich gut erwischt. Who was calling? Ja. Wirklich? International, International People. Ich, I was in a International Call und ich wusste das zuvor nicht. Der ist angemacht und dann habe ich schon Englisch gehört. Das dauert manchmal ja ein bisschen, bis ich das dann so verbindet will. Aber gut, dass es so rum war. Ja, ja. Dass direkt die schon gesprochen haben. Ich habe auch eine internationale Begrüßung zum Glück genutzt, als ich reingekommen bin. Howdy. Hi. Wie ich es halt immer sage. Ja. Und es war nicht nur Englisch, es war British English. And I was taken aback, because for a second I didn't know what to say. Ich liebe, dass mich so eine ganze Mimik dabei verändert, dass deine Augen sich ganz weit aufrasen, sodass dein Mund auch riesengroß dabei wird. Ich finde, man ist auch eine andere Persönlichkeit. Ja, natürlich. In jedem Land eine andere Persönlichkeit. Da haben wir schon mal über Amerikanisch. Und bei Ash is enough. Ja. Und ich war sehr ungeübt, was Englisch angeht. Habe ich mir in dem Moment gedacht, wenn man dann Englisch auf spontan sprechen muss und es einen überrumpelt, dann ist es manchmal ein bisschen tricky, finde ich. Ja. Und da möchte ich eigentlich gerne wieder hinkommen. Weil hören, kein Problem. Und deswegen machen wir jetzt einen Podcast auf Englisch. Englisch. Ich bin eh noch so drin. Ja. Und was hast du dann beigetragen im Call? Hi. Und dann lange nichts. Mindestens eine halbe Stunde nicht. Und dann habe ich eine Frage gestellt. Hast du nicht mal gesagt, wer du bist? Ich wurde vorgestellt. Oh Gott sei Dank. Ja. Habe ich gesagt, nichts. Habe nur noch ein bisschen genickt und habe ein bisschen abgewartet und gegrinzt. Ja. Und dann, ja eine halbe Stunde später habe ich die erste Frage gestellt. Und habe mir aber auch schon ein bisschen davor natürlich zusammengesetzt, so in meinem Kopf, wie ich das sagen möchte. Wieso nicht das, ja. Hat auch echt auf Anhieb geklappt, war ich überrascht von mir selbst. Was war die Frage? Kannst du die sagen oder ist die zu persönlich? Die Frage war, warum eine Statistik so dargestellt wird, wie sie dargestellt wird. Naja, sag mal auf Englisch. Das sind ja richtig, das war ja auch noch… First question would be, I've got a question about the graphs. Ich habe es auch so gemacht, es ist auch gar nicht offensiv für jemanden, der Britte ist, dass dann jemand kommt und denkt, der ist ja da. So, I was wondering about the graphs, why they were portrayed, were shown in this way and not the other way, because I'm usually used to them being shown this way. Und dann wurde die Antwort gegeben und dann, ja. Hast du da noch Danke gesagt? Alright, thank you. Habe ich noch danach. Ich habe mich dann dazwischen wieder gemutet und dann wieder entmutet. Scheiße. Und dann am Ende. Boy. Das war's. Das war mein Auftritt auf Englisch, aber deswegen bin ich sehr dran. Hä, ich bin richtig stolz auf dich, du hast das richtig, richtig, richtig professionell gemacht. Ja, aber es war wirklich einen Moment lang so, okay. Scheiße, Englisch, ja, wie geht das nochmal? Ja. Ja, ja, voll. Dann war ich schon froh, dass ich vorgestellt wurde am Anfang, weil da muss ich nicht… Ich finde, da hätte es auch eine Vorwarnung geben müssen. Vielleicht wussten es die anderen auch nicht. Also es kann sein, dass das keiner von den Menschen, die dort im Call mit dabei waren. Alle waren so, oh my God. Ja. Mate, what is happening? Ja, mate ist ja wieder Australien. Ja, aber das ist ja bei mir drin, da kann ich ja gar nichts dafür. Ja. Ich war ja mal in Australien und deswegen ist das ja bei mir drin. Ich war mit meiner Mama, haben wir mal einen Roadtrip gemacht und meine Mama spricht ja gar kein Englisch. Also sie spricht hier und da Kartoffel zum Beispiel ist ein Wort, was sie sehr gut kann. Aber sie hat einfach in der Schule auch Russisch damals gelernt. Also sie kann Russisch, sie kann Tschechisch, sie kann Polnisch, alles das kann sie. Aber Englisch ist einfach schwierig. Und da war ich glaube ich so 14 oder irgendwie sowas. Also auch noch relativ jung würde ich sagen. Und dann haben wir einen Roadtrip an der Westküste natürlich gemacht, wie man das so macht. Und ich war glaube ich noch jünger. Naja, auf jeden Fall musste ich dann alles natürlich translaten, alles machen. Und dann waren wir in Las Vegas und dann habe ich, unsere Koffer waren sehr schwer. Und dann habe ich gedacht, naja, ich rufe bei der Rezeption an und sage, hallo, können Sie bitte unser Gepäck holen. Aber ich war so nervös, dass ich irgendwie auch jegliche Begrüßungsform in dem Moment irgendwie mir aus... Die waren dann einfach so, hallo, haben irgendwas gesagt. Und ich habe dann einfach gesagt, good day. Ja, weil das auch auf Deutsch ist, guten Tag. Ja, genau, in meinem Kopf war, guten Tag, ich muss ja höflich sein. Aber da sieht man auch, Australien war schon immer ein Thema. Da war ich noch in Australien, aber ich war geboren dafür. Good day, could you please pick up all luggage? Aber ich habe dieses good day gesagt und war nur so, was kann, was, auflegen am liebsten. Nochmal neu anrufen. Ja, wirklich. Das Gute ist ja, dass vor meiner Mama war es nicht peinlich, weil die war so, ja, good day, guten Tag, na klaro. Du hast das klasse gemacht. Ja, aber das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, dieses good day. Boah. Ah, hallo mal, dass es so ein Trauma war, dass es auch bis heute geblieben ist. Und das ist eine Sache, die im Kopf bleibt, ein Telefonat vor, keine Ahnung wie viele Jahren. Ja, und die haben sich ja gedacht, naja, die Australierin ruft an. Richtig. Die haben sich gewundert, warum du nicht so ein Safari, nicht Safari, nicht Safari. Ja, im Hut, im Kopf, ein Ranger-Hut. Ranger ist das richtige Wort. So war es aufhattest, als du die Tour aufgemacht hast und deine Koffer geholt hast. Ich habe mich auch gewundert, warum der deutsche Akzent so stark ist. Aber gut, die Australier, die sind halt wild. Die sind überall unterwegs, das ist, ja klar. Ja, das ist, wir haben gerade schon das Video von Shirin David angeschaut, davor. Das hat mich so daran erinnert, als du gesagt hast, dass du da Englisch plötzlich sprechen musst. Shirin David, wie sie den Bambi oder irgendeinen Award bekommt und sagt, I feel so aufgehoben every time I come here. Because like, also jeder ist, wie er ist. And that's what I love about it. Oh, das ist so geil, wie sie einfach die ganze Zeit zwischen Deutsch und Englisch, falls ihr das Video nicht kennt, ist wunderbar. Die ganze Zeit switcht. I feel so aufgehoben auf YouTube. I feel so aufgehoben. I love it. I feel so picked up. Hört sie auch? Also da hätte ich, glaube ich, nicht erkannt, was es sein soll, ehrlich gesagt. Aber ist auch süß. Es ist voll, also das kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe immer vor, du musst eine Laudatio oder eine Dankesrede oder irgendwas halten und dann fährst du kurz davor auf Englisch. Ja. Wenn du eh aufgeregt bist. Ja. Naive Speaker. I feel so aufgeregt. I feel so aufgeregt dann aber auf einmal. I have a shissy in my pants. Gut, das ist international. Das kann jeder. Das versteht jeder. Aber ja. Das ist echt süß. Sachen, die ich kann, Englisch, so wo man denkt, man kann das viel besser, als es dann ist, wenn man es wirklich machen muss, Englisch sprechen, spontan. Nee, du hast, die Leute werden ausflippen, dass du das jetzt sagst und ich auch, weil du sprichst so gut gerade hier Englisch, sogar mit so einem Akzent. Ich glaube, es ist leichter, wenn man in so einem Akzent dann spricht und sich so eine Rolle begibt, als wenn man das dann, als man selbst sagen muss. Du bist halt ein Schauspieler durch und durch. Das ist so. Aber kennst du das, wenn man so denkt, man kann was und dann muss man es machen und dann ist es gar nicht mal so gut? Nee, eigentlich nicht. Bei mir ist es immer besser, als ich dachte. Ja, stimmt, deswegen die falsche Person, mit der ich da spreche. Aber du kennst es, ne? Ja, ja. Zum Beispiel, gestern habe ich dieses Saltburn-Video gedreht und ich dachte, nein, ich mache das in einem Take. Dann habe ich es aber doch in zwei gemacht, weil dann habe ich mir das erste angeschaut und habe gedacht, die Bewegungen sind viel zu klein für die Kamera. Oder singen. Gut, du kannst auch singen. Scheiße, es ist wirklich die falsche Person, in der ich hier spreche. In meinem Kopf höre ich ja mich selber singen, wenn ich mir ein Lied in meinem Kopf. Willst du mal was vorsingen? Ich habe doch letzte Folge schon versungen. Ich habe auch ein bisschen Halt drauf gelegt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Aber ich habe den neuen Ariana Grande-Song gesungen. Hast du schon gehört? Nee, ich habe mit der Choreo. Hast du die Choreo schon gemacht? Die ist ja auch schon legendary. Die habe ich schon in meinen TikTok-Ordner tanzen eingespeichert. Ich glaube, das ist mein nächstes Tanzvideo. Aber die finde ich gut. Die ist cool. Ja, die ist auch cool. Also vielleicht machen wir die zusammen. Ja, finde ich gut. Nächste Woche. Dann können wir auch beide so ein Ballettbody anziehen. Gerne. Hast du einen für mich? Ja, meine Mama hat schon ein paar. Meistens so vier- bis sechsjährige, aber ich denke, da passen wir perfekt rein. Hast du mich gesehen? Ja. Hast du mich gesehen? Oh yes. Vielleicht können wir den Bauch rausschneiden oder so. Ja, genau. Das wird schon gehen. Ja, ja. Na ja, auf jeden Fall. Dann hat man ja im Kopf, wie man selber singt. Und ich höre immer ja auch meine Stimme, höre ich ja in meinem Kopf, wie sie die Noten trifft. Und dann muss ich, oder singe ich laut. Und dann ist es aber gar nicht so. Warum? Can't relate. Ich habe noch ein Ding. Schminken. Als ich mein Drag-Make-up geschminkt habe. Geschmunkten habe. Ich habe in meinen… Schmink, schmunk, schmunk. Richtig. Wie heißt das? Deklanieren? Ja, Deklanieren. Deklaton, genau. Genau, kann ich? Ja. Auch eine Sache. Als ich meinen Drag-Make-up-Look geschminkt habe. Weißt du, wie viele Make-up-Tutorials ich angeschaut habe? In meinen Early-YouTube-Days vor allem. Ja, klar. Sitzt. Die Theorie sitzt. Und da muss man selber machen. An einer runden Oberfläche im Gesicht. Und auf einmal hat man einen Zitterer in der Hand. Erst hatte man auch eine Saftkur davor gemacht. Und es haut überhaupt nicht hin. Nee. Was ist das denn? Ja, Expectation vs. Reality. Das ist ein whole Segment hier im Internet. Stets bemüht. Ja. Wow, ey. Unsere Namen haben wir ganz gut gewählt eigentlich. Ja, das haben wir sehr gut gewählt. Ich habe mir letztens bei diesen TikTok-Tänzen gedacht. Ich bekomme die ja auch immer rein. also gespült, weil, klar, Tanzsachen liebe ich. Und da gibt es ja dieses eine Paar auf Instagram. Ich vergesse eh, wie heißt irgendwas? So Connor oder irgendwie sowas. So ein Pärchen. Das macht auch so TikTok-Tänze. Ein Liebespärchen? Liebespärchen. Okay. In meinen Notizen habe ich geschrieben, ich würde mich umbringen, wenn ich ein TikTok-Tanzpaar wäre. Weil, das ist sehr strong, aber ich meine es wirklich so. Also es gibt eine Parallelwelt, da bin ich das ja auch. Ganz klar. Da habe ich so, da habe ich erst mal, habe ich so alleine angefangen, so zu tanzen. Und dann musste mein Partner irgendwann auch mitmachen, damit die Views wieder hochgehen und so. Und jetzt sind wir da drin und wir hassen uns und alles und wir hassen auch Tanzen. Aber die Likes, die kommen ja nicht von alleine. Sponsored Dances, die müssen irgendwie gemacht werden. Und ich glaube, das wäre für mich wirklich die Vorstellung, mit meinem Partner so Tänze machen zu müssen. Und du bist ja auch immer happy beim Tanzen. Ja. Oh Gott. Weißt du das noch? Früher, wenn man einen Tanzkurs gemacht hat, also eine Hip-Hop-Class war es ja in unserem Fall und die ganze Zeit gerufen wurde, lachen. Ja, 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 ja. Ja. Und das musst du dann machen. Und du hast dich gerade mit deinem Partner gestritten, weil ihr schon seit drei Monaten auch gar keinen Sex mehr hattet, weil ehrlich gesagt zwischen diesen TikTok-Tänzen und so, da geht auch wirklich jeder Spark verloren. Ja. Und dann musst du aber wieder lachen und los. Und kannst du dir vielleicht mal, mein Gott, wieso oft so ein bisschen noch machen, warum musst du denn immer an der Einzelnen, kannst du mich nicht berühren jetzt hier? So ist es dann. Und dann geht es wieder weiter. Ja, voll. Das wäre, ich glaube, da gehen, also du verlierst dich selbst in so einem Tanzpaar. Ja. Ja, also ich stelle es mir auch schrecklich vor. Allgemein, also dieses Couple und als Couple überhaupt halt auftreten, schrecklich, stelle ich mir das vor. Das ist so schlimm. Stimmt. Ja, allgemein, wenn du irgendwie einen Couple-Channel hast, egal was es ist, oder halt einfach beide in der Öffentlichkeit stehen und man die Beziehung auch irgendwie zu einem öffentlichen Thema macht, das muss so fürchterlich sein. Und anstrengend. Anstrengend. Weil du willst ja real sein, du willst ja zeigen, die Beziehung ist nicht perfekt, Leute, wir haben Probleme wie jeder andere, aber du willst auch nicht in dem Moment filmen, wo. Nee, also wirklich. Und dann diese Meinungen von anderen, die dann irgendwas reininterpretieren oder die, also das wäre wirklich, also nee, ich könnte es nicht. Ist ja schon alleine manchmal anstrengend, wenn Leute zu viel interpretieren. Ja. Leute fragen immer noch, was mit meiner Katze ist. Ja. Das ist ja quasi das Gleiche. Wirklich schlimm. Nee, ich habe vorhin ein Reel gesehen, wo sie so ein Haustier gezeigt haben und da war ein Sound drüber und es stand da die Charaktereigenschaften, die ich von meiner Katze mir ausgedacht habe. Und der Sound war so, he's gay, he likes classical music, he's very, he likes all sorts of things und so. Und das war nicht so lustig, weil ich habe das auch teilweise gemacht, da habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was meine ehemaligen Haustiere, wie die wohl waren. Ja. Was hat Clarissa für einen Job? Stimmt. Clarissa ist auch ganz interessant, dass ich manchmal denke, also Clarissas Spitzname ist Dickie. Ja. Und dann ist es auch der Dickie. Ja. Also die Clarissa ist auf jeden Fall so genderfluid, glaube ich. Die will sich da auch nicht festlegen. Jobmäßig stimmt, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die hat keinen Job. Ich sehe es auch. Ja, oder? Die hat wirklich keinen Job. Nee. Außer scheiße fressen hat die wirklich gar keinen. Da war ein kleines Schneck nebenbei. Die hat keinen Job. Die ist auf jeden Fall sehr, die ist eine liebesbedürftige Maus, aber auch eine Independent Woman gleichzeitig. Die kann sich nicht so ganz entscheiden, beziehungsweise die weiß so, manchmal ist es auch okay, sich bei jemandem anzulehnen und um Hilfe zu bitten, aber ich kann auch mein eigenes Ding machen. Ja. Das ist so ihr Ding. Ich glaube, ehrlich gesagt, Clarissa ist nicht die Schlauste. Nee. Als ich sie so jetzt ein bisschen mal erlebt habe, Dickbert ist ja auch ein Spitzname von mir. Den von dir auch klasse. Dickbert, ja. Ehrlich gesagt. Bert statt Bär. Super. Dickbert kann man auch so ausbrechen. Ja, ja. Dickbert, komm her. Ja. Das Beste ist halt eh einfach Clarissa, dass sie halt klingt wie ein sechsjähriges Schulmädchen. Und wir hatten das ja schon, nee, ich sag nicht, oh, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Nee, das löschen wir wieder rein. Ich war mal auf dem Spielplatz mit der ganzen Familie. Ganze Familie. Inklusive Clarissa. Ja, und mein Mann ruft ganz laut, weil Clarissa gerade einen, wie heißt das, einen Stock gefressen hat. Wenn die das manchmal so aus der Nervosität, dann nimmt die einfach einen Stock und dann frisst sie den auch. Er zerkaut den. Kennt ich. Weil was soll sie auch machen in ihrer Freizeit? Genau. Sie hat ja viel Zeit, sie ist ja jobless. Genau. Sie sitzt da und wartet, dass wir endlich fertig sind und diese ganzen Kinder, dass wir endlich wieder hier weggehen können. Und naja, und er ruft über den ganzen Spielplatz, Clarissa, hör auf. Und die ganzen Mütter und Väter drehen sich halt um und sind so, oh shit, der redet aber schwierig mit seinem Kind. Und wir checken dann so, ich stand so ganz aufgerecht, ach Clarissa, hier. Die waren wirklich so, Moment, redet der gerade mit seinem Kind so, mit seiner Frau so? Die waren wirklich ganz hin und her gerissen. Alle waren so, ach, es ist nur der Hund. Und naja, den kann man anschreien, gar kein Problem. Ein komischer Name. Das ist dann auf dem Heimweg gewesen. Nur für einen Hund ein komischer Name. Ja, also es ist genau die Situation, die wir uns immer erhofft haben. Die tritt auf jeden Fall ein. Ich finde, so einen menschlichen Namen für ein Tier finde ich immer nur klasse. Ja, es war ja auch, Jürgen hieß ja früher Jackson. Ja. Weiß nicht, ob du das... Als du ihn adoptiert hast oder hast du am Anfang so... Nee, der war irgendwie so ein halbes Jahr alt und aus dem Tierheim, da hieß der Jackson im Tierheim. Und dann haben wir irgendwann nach Jahren gesagt, hat irgendein Freund von mir tatsächlich gesagt, das wäre irgendwie witzig, wenn der Jürgen heißen würde. Und das hat dann so richtig mariniert in meinem Kopf. Und dann nochmal ein, zwei Jahre später war ich so, das wäre voll witzig, wenn der Jürgen heißen würde, oder? Und dann heißt er Jürgen. Dann heißt er Jürgen. Und ich finde, das ist super. Die Jürgen. Das ist ja auch das Geile an so einem Tier. Du kannst einfach selber sagen, heute heißt er halt anders. Ja. Also kein Tier hat ja auch den Namen richtig, den es am Anfang mal hatte. Das ist ja immer irgendein Spitzname oder eine komische Sache, die da draus wird irgendwann. Das stimmt. Das ist klasse, finde ich. Ja. Ich auch. Was ist eigentlich mit dir in Haustieren? Ist das mal ein Thema? Ich glaube, ich habe, also ich bin zu Freiheitslieben momentan noch, mir jetzt in so ein Tier ans Bein zu binden und ich möchte es dann auch niemand anderem ans Bein binden, wenn ich dann irgendwie denke, ich will jetzt spontan mal nicht daheim sein. Deswegen glaube ich noch nicht. Und ich glaube, ich bin auch weg von einem Hund momentan. Ich bin eher jetzt bei einer Katze wieder. Ich bin auch mit Katzen aufgewachsen. Vielleicht ist das so ein Gewohnheitsding. Beim Spiel hast du dir ja schon zwölf Katzen geholt. Das ist ein Zeichen. Da gibt es aber auch keine Hunde. Ach so. Man kann nur Katzen holen. Deswegen, da war die Entscheidung schnell. Aber ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass eine Katze dann noch ein bisschen eigenständiger ist. Und eine Katze hat auch noch mal ein eigenes Leben, von dem man auch als Besitzerin gar nichts mitbekommt. Nein, ist auch besser so. Ja. Also klar, man weiß auch ein paar Sachen so, aber man teilt nicht alles. Sie sind eigentlich, ist man eher Roommates statt Besitzerin. Ja, die sind auch nicht abhängig von dir. Die wollen auch eigentlich nichts von dir außer fressen. Ich war gestern erst bei meiner Mama drüben und der Jürgen war die ganze Zeit vor seinem Napf gesessen. Und dann war irgendein lautes Geräusch und das war so schnell zur Treppe, war so, gibt du jetzt Essen oder kann ich wieder weg? So richtig. Und er hat aber auch erst vor zwölf Minuten gegessen, aber hat schon wieder vergessen. Ja, der Jürgen, der war aber auch so, der kam aus dem Tierschutz und da waren die schon so, er wird immer gemobbt im Tierheim, er wird immer klein gehalten von allen und er hat gerade auch eine Katze, die sagt ihm immer, nee, du nicht, geh wieder zurück, so ein bisschen. Und das ist so seine Personality, die hat sich auch bis heute durchgezogen. Das ist ja einfach auch, der ist nicht Top Dog, der ist Undercat. Merkt man auch einfach manchmal. Ich habe auch eine Freundin, die hat einen Hund, die ist ganz klar autistisch, die kleine Mia. Ach, Maus. Also das ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob man nur was bei Hunden feststellen kann, aber es ist einfach wirklich, alles daran deutet darauf hin. Warum? Was macht die? Naja, sie ist einfach, sie ist einfach so, wie man halt sich einen Hund vorstellt, wenn der auf dem Autismus-Spektrum wäre, also die kommt ganz schlecht klar mit viel ungeplantem, Konfrontationen, irgendwas, das ist ganz schlimm für sie, sie quietscht dann auch ganz laut und so oder man berührt sie an der falschen Stelle, die aber vor einer Sekunde noch in Ordnung war und dann ist es auch ganz schlimm für sie und dann muss sie zittern und also es ist, ja, aber sie ist auch eine, die hätte auch im Kindergarten eine Augenklappe gehabt. Weißt du das? Augenpflaster? Ja, man hat sofort ein Bild vor Auge. Richtig. Also eine ganz mausige, aber sie ist jetzt nicht leicht. Naja, aber die wird da bestimmt auch erst an guten Händen. Ja, das ist ja klar, die sind Top-Händen. Mit einem Kleinkind, das jetzt in der richtigen Größe ist, um da genau richtig drauf zu hauen. Das gefällt dir super gut. Das ist auch so süß, klar, das haben wir auch nicht zu beobachten, wenn du auch andere Kinder zu Besuch sind, dann setzt sie sich immer zu den Erwachsenen. Echt? Mit den Kindern habe ich nichts zu tun, setze ich dann da hin und wenn die dann auch ihr zu nah kommen, dann guckt sie uns immer so an. Mom, Mom, siehst du das? Mom, do something. Das ist in meiner Welt auch, dass sie so mit mir redet. Ich weiß, ich muss mich benehmen, aber Mom. Aber sie kann auch nicht weggehen. Sie will auch dabei bleiben. Sie könnte ja auch woanders hingehen. Sie kann ja auch sich gut benehmen. Das will sie ja dann auch zeigen. Ja klar, sie ist ein braver Hund. Keine Rüppelin. Ja, ja, guck mich an, streiche mich hier unten rum. Gerne auch. Unten rum, vor allem am liebsten. Ja, ja, ja. Nee, ich liebe dieses Konzept von Tieren, die dann eine Persönlichkeit haben und ein ganz eigenes Leben und einen Job und eine Religion. Und da einfach so, die sind auch immer alleinstehend, deswegen wohnen die ja auch bei einem, weil naja, in der Liebe hat es irgendwie nicht geklappt. Nee, das ist eine WG. Genau. Aber kommt auch einfach dazu. Ja, voll. With open arms. Genau. Außer es gibt so einen Nachbarshund, Nachbarskatze oder so, wo da manchmal geschnachselt wird. Aber das ist ja auch nur Freundschaft plus. Genau, genau. Nee, ist es nicht. Nee, ist keine richtige Beziehung. Ist auch so spät im Leben, will man sich auch nicht mehr festlegen. Nein, da muss man dann auch sich so verändern und anpassen. Man hat schon so seine Gewohnheiten und seine Routine. Und wenn da jetzt jemand Neues reinkäme und so, das ist einfach … Apropos Gewohnheiten, du bist seit heute nicht mehr mir relativ egal. Du bist jetzt Mirella Pratschek. kurz überlegt, was ich nicht mehr bin. Ich dachte, es geht irgendwie ums … Bin ich nicht mehr Vegetarierin? Bin ich nicht mehr Raucherin? Ich rauche doch gar nicht. Was bin ich? Stimmt. Ich mache einfach ein paar Lügen jetzt hier mal in den Raum. Ja, genau. Nee, aber das ist keine Lüge. Du bist jetzt auf Instagram nicht mehr relativ egal. Ja, ich habe es heute Morgen auch gesehen. Ich bin jetzt Mirella Pratschek, ich bin jetzt erwachsen. Ja, so fühlt es sich ein bisschen an. Ja, es ist wirklich, I'm a grown-up bitch. Ja, im ersten Moment hat es sich ein bisschen angefühlt, wie damals auf YouTube, als dann auf einmal Easy Peasy 5 Ishta Easek hieß. Ja, genau so ist es. Der Herr Tutorial ist der Mislimani, genau das. Und ich, sieben Jahre zu spät, mache ich auch den Move. Hey, jeder zu, wirklich, jeder in seinem Tempo, Mirella. Ja, voll. Ich finde auch nicht, dass man mich da judgen sollte oder so. Auf keinen Fall. Aber ja, ich wurde gefragt, ob das eigentlich eine Option ist, Mirella Pratschek. Da war ich erstmal so, nee, brauche ich nicht. Da habe ich nochmal drüber nachgedacht, habe gedacht, naja, aber mir relativ egal ist ja dann eher, sehe ich so als Kanal, als RTL Plus, ist quasi Netflix, RTL Plus, mir relativ egal. Das ist so ein Sender auf YouTube. Da kann man irgendwie was, da kann man unterhalten werden, wenn man es gucken möchte. Aber ich bin ja nicht mir relativ egal, sondern ich bin mir sehr wichtig und deswegen ist ich jetzt Mirella Pratschek. Deine Show heißt Mirella Pratschek. Ja. Und du bist halt die Host von der Show. Ja. Richtig. Die Host, sagt man das so, die Moderatöse. Fritteuse, genau. Genau. Die bin ich. Ja, aber das hat mir wirklich so ein Gefühl gegeben von früher, wo man sich früher diesen Namen so… Snooki Full, Manny Johnson. Tätowiert hat. Richtig. Wo man sich diesen Namen wirklich über Wochen lang ausgedacht hat. Tätowiert hat quasi. Ja, so 100 Abos muss festgehalten werden. Auf dem Arm. Wie Valentina, die dann hier… Boah, wild. Wild. Aber mir relativ egal, muss ich sagen, finde ich auch immer noch eine starke Sache. Ist ein starkes Ding, oder? Deswegen wollte ich da auch nicht so… Eigentlich wollte ich nicht davon losnehmen, aber mache ich ja auch nicht, weil auf YouTube ändert sich ja nichts. Da bin ich ja mir relativ egal. Das bleibt… Also ich… Naja. Der Kanal bleibt so auf jeden Fall. Ja. Aber auf Instagram, da bin ich ja auch mehr als das. Ja. Da zeige ich ja auch meinen persönlichen Einblick. Ja, richtig. Eben. Da geht es ja um viel mehr als nur deine Schau. Ja. Aber mir relativ egal, bei dir war das ja nicht… Also das habe ich von deinem Vater erfahren übrigens, Backstage bei der Tour, als er zu Besuch war. Das war ja nicht bei dir, wo du wusstest, okay, jetzt starte ich meinen Channel und jetzt überlege ich mir einen Namen, sondern du wusstest das schon viel früher, hat er mir erzählt. Du wusstest das schon als Kind auf der Rückbank, als er Auto gefahren ist, warst du auf der Rückbank gesessen und du hast zu ihm gesagt, du wirst mir relativ egal heißen. Das stimmt nicht. Naja. Die Geschichte kenne ich nicht mal. Das tut ich intensiver mit meinem Papa und da hat er sich… Er hat mir die erzählt, also wird es ja wohl wahr sein. Wirklich? Ja. Das überrascht mich, weil nämlich als ich den Kanal gemacht habe und dann mal bei ihm in Köln zu Besuch war, weil es ja Mediakraft ein großes Thema war, da habe ich ihm den Namen gesagt und dann hat er immer TV-egal gesagt. Stimmt, hast du mal erzählt? Da hätten eigentlich die Alarmglocken nachklingeln müssen. Da weiß ich jetzt gerade nicht, welche Geschichte jetzt… Also ich freue mich, ich werde die übernehmen, die Geschichte. Ich habe das damals schon als wievieljähriges Kind… Ich glaube so fünf, sechs. Fünf, sechsjähriges Kind auf der Rückbank, habe ich schon gesagt, ich werde mir relativ egal heißen. Ja, da warst du schon sehr wortgewandt. Ja. Als fünf, sechsjährige. Ja, vielleicht war es auch so. Ich weiß nicht, ich kann mich schlecht irgendwie an meine Kindheit erinnern. Ich habe immer nur so ein paar Highlights. Als Good Day, Sir, sowas, das bleibt drin, aber sonst… Das ist ja schon fast nicht mehr Kindheit, oder? Nee. Good Day, Sir. Naja, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wie alt ich da war. Ich war jünger als 14, ich war da noch nicht in einer Beziehung. Ach, wirklich? Ja, ich muss es nochmal revidieren. Ja, das ist schon noch Kindheit, finde ich, eigentlich. Ja, alles vor 14 ist Kindheit, 14 ist Jugend, oder? Ja, da gibt es Teenager dann, ne? Ja, Teenager. Teenager ist ja eigentlich… Thirteen. Thirteen, genau, ja. Aber irgendwie, das ist so der Übergang zum Teenager, finde ich. Thirteen ist man noch nicht richtig Teenager, oder wie? Zumindest Jungs nicht, vielleicht Mädels schon ein bisschen mehr als die Jungs. Oder? Ja, kann schon sein. Also ich finde es wild, dass manche Mädchen mit neun schon ihre Periode bekommen, heutzutage. Heutzutage? Auch damals, glaube ich, schon. Wird das früher? Ja, es wird früher, glaube ich, ein bisschen. Okay. Weil, glaube ich, mehr Östrogen im Wasser ist. Ui, das habe ich auch schon mal gehört. Aber ja, also das, stell mal vor, du bist eigentlich noch ein Kind und musst dich auf einmal mit sowas auseinandersetzen. Hä? Gut, dass meine Tochter schon weiß, was eine Periode ist. Die ist allzeit bereit. Aber die sagt jetzt schon, sie möchte das nicht. Ja. Da habe ich so, ja, I know. Und dann hast du das erst mal, keine Ahnung, wie lange, 40 Jahre am Bein. Wenn es langt. Entlanglaufen am Bein. Richtig. Ja. Schrecklich. Also da möchte ich wirklich nicht laufen. Das ist wirklich auch unfair. Komplett. Das ist wirklich komplett bescheuert, dass wir das so lange ertragen. Und wenn es dann wenigstens so wäre, wie bei einem Känguru, nee, ein Seepferdchen, glaube ich, macht das da, trägt ja der Mann dann das Kind wenigstens aus. Und der macht dann einfach so, und dann kommen die Babys so. Ja, genau. Hat dann Seepferdchenfrau, hat die eine Periode? Das weiß ich nicht. Warum nicht? Da hat meine Recherche aufgehört, bei den Seepferdchen. Das Redaktionsmeeting, da sind wir nicht genug in die Tiefe gegangen. Na, aber wenn doch der Mann das Kind austrägt, dann … Eigentlich macht es keinen Sinn, wenn er die Frau was hätte, ne? Periodisieren eigentlich alle weiblichen Säugetiere, Lebewesen … Das Säugetier-Seepferdchen. Ja, keine Ahnung. Eigentlich müssten die schon periodisieren. Weiß ich nicht. Oder hat es was damit zu tun, ob man ein Ei legt? Aber Ei, sagt man doch, ist doch auch die Periode des … Eben, du legst ja auch ein Ei. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich lege ein Ei? Na, in dir selber. Hinten drin legst du ja eigentlich quasi ein Ei. Ach ja, stimmt. Und dann, ne, kommst du halt irgendwann wieder raus. Da gibt es jetzt einen neuen Film, der sah ganz interessant aus. Da tragen … Baby to go heißt der, glaube ich. Aha. Da bekommen die das Baby in einem Ei. Oh, geil. Und dann kann es sowohl sich der Mann als auch die Frau umschneiden. Das ist so eine … Utopie. Utopie sowas, Dystopie, was auch immer. Das fand ich, das klang irgendwie interessant. Klingt echt interessant. Ja, mit Emilia Clarke ist das, glaube ich. Ah, ja. Emily? Emilia? Emilia, glaube ich, oder? Na ja, sie wird uns schon schreiben. Ja. Sie wird eine Story machen und es berichtigen. Genau. Ich habe auch ein Video, einen Film angeschaut, auch so eine Dystopie. Da ging es darum, der heißt, naja, weiß ich nicht mehr, wie er heißt auf jeden Fall. Da geht es darum, dass Menschen sich kleiner machen können, wenn sie zum Beispiel Geldnöte haben. Die Welt steht auch kurz vor dem Ende, weil die Menschen zu viel die Umwelt verpestet haben. Downsizing? 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 Genau. Ah. Das Konzept ist so gut, finde ich. Und der Film war Schrott. Ich überlege gerade, ob ich den geguckt habe oder mir nur dachte, dass ich den gucken muss. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Also, du musst ihn wirklich nicht gucken, weil man wartet die ganze Zeit. Die können dann auch so ein kleines Haus und so bekommen. Genau. Also, du wirst einmal operiert. Eigentlich Sims. Eigentlich wie die Sims kannst du selber spielen dann, ja. Also, du wirst downsized. Das ist eine einmalige OP, kannst du aber auch nicht rückgängig machen. Also, wenn du einmal klein bist, zwölf Zentimeter sagen die immer, ist man dann ungefähr groß, dann bleibt man auch für immer klein. Und man lebt dann in so einer eigenen Stadt und kann da sich halt ein Haus kaufen. Das Geld ist die gleiche Währung, aber ist dann auf einmal viel mehr wert, weil du ja weniger Dinge brauchst. Ja, und du hast auch einen viel kleineren CO2-Fußabdruck. Das ist der Sinn der Sache, genau. Und man wartet aber dann die ganze Zeit, dass dann halt irgendeine Wendung oder irgendein so Ding, und das passiert einfach nicht. Das war so enttäuschend, weil das Konzept finde ich so interessant und so gut. Ich überlege jetzt nämlich auch, wenn ich den, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den gesehen, aber ich weiß überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Ich habe den Trailer damals gesehen und dann vergessen. Und jetzt ist der gerade auf Netflix und wurde mir angezeigt und ich habe es gelesen und dachte, geil, jetzt schauen wir den an. Na gut, da werde ich mal reingucken. Die schau dir die erste Hälfte an und dann kannst du abschalten. Scheiße. Dann denkst du dir selber ein schönes Ende aus. Ja, glaube ich, muss ich echt machen. Da können wir ja nochmal einen zweiten Teil schreiben. Stimmt. Und da können wir den machen, wie wir wollen. Wie, was wäre denn ein gutes Ende? Ja, ich finde eine Umweltkatastrophe wäre halt ein gutes Ende. Ich fände ein gutes Ende wäre, wenn ein Riese kommt und auf die Leute drauf tritt und die sind alle tot. Ist ja auch quasi eine Naturkatastrophe. Nee, aber ich, so, es ist alles ein bisschen unrealistisch. Ein Regentropfen, wenn du nur zwölf Zentimeter groß bist, der trifft dich ja viel stärker. Schau dir mal vor, es hagelt. Ja, tot. Oder auch auf so ein kleines Haus ist der auch viel schneller. Ein Erdbeben. Ein Erdbeben. Ein Feuer. Ein Riesenriss. Irgendwas. Ja. Also, das ist alles nicht zu Ende gedacht. Stimmt, das gibt gar keinen Sinn. Und sowas hätte eigentlich passieren müssen. Ja. Wie geht's denn aus? Soll ich spoilern? Ja, jetzt kommt der Spoiler, sonst könnt ihr auch 20 Sekunden vor... Kurz vor Ende gibt's eine ganz komische Liebeswendung. Er verliebt sich in eine Person, die den ganzen Film lang eigentlich nur ihn fordert und halt so ein bisschen ausnutzt, weil es ihr sehr, sehr schlecht geht und er ein paar Fähigkeiten hat. Er ist irgendwie so Ergotherapeut und hilft ihr dann ein bisschen, weil sie ein aportetes Bein hat und so. Und dann verlieben die sich. Aber auf so eine absurde, komische und unvorhersehbare Weise, dass es aber auch nicht befriedigend ist. Nicht befriedigend, unvorhersehbar. Nee, überhaupt nicht. Dann will er sich noch kurz zum Kult anschließen, die sich dann in einem Berg einschließen. Nee, das hab ich wirklich nicht gesehen. Und musste wirklich nicht. Es ist ganz, ganz komisch. Saltburn dagegen möchte ich nochmal an alle aussprechen. Hammerfilm. Der gleiche Schauspieler, der doch Downsizing mitspielt, der heißt doch so ein Jason irgendwas, ist das, oder? Kann sein. Der heißt Matt. Ja. Jason Matt. Es ist so ein weißer Typ mit blonden Haaren, mittel, gut gebaut. Braune, glaube ich, aber wurscht. Braun, blond. Ja. Sowas? Ja. Nicht hässlich, nicht hübsch. Genau. Ja. Der hat auch Apple-TV-Serie sehr empfiehlt. Shrinking gespielt. Ich find's gerade lustig, dass er Shrinking und Downsizing, aber Shrinking, da geht's um Shrink, also um Psychotherapeuten. Mhm, mhm, mhm. Die ist wirklich sehr gut, die ist sehr empfiehlt. Heißt ja nicht irgendwie so, irgendwas in meinem Kopf ist so Jason Lemming, aber es könnte... Da heißt er halt jetzt so, das ist mir auch ganz egal. Das könnte wirklich komplett... Lemming? Könnte sein, weiß ich nicht. Nee, der heißt nicht so. Ich kann wirklich gar keine Schauspielernamen. Ich auch nicht. Und das tut mir auch, weil ich erkenne die Gesichter, aber pfff, cool. Der wird uns auch schreiben. Der wird auch sagen, excuse me, my name is Jason Schlenning. Mr. Lemming, if you want to come on the show next week, welcome. Der ist spot-free, right here. Ja, da muss ich halt Platz machen. Hey, da ist doch Platz. Wir können ja auch bald Gäste haben. Ja. Würdest du gerne einen Gast noch haben? Bis jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Nicht, ehrlich gesagt auch. Aber wenn wir bald einen Gast haben, dann ist es das, worauf wir uns so lange gefreut haben. Ja. Ja, ja. Und ich bin ja überhaupt nicht abgeneigt, einen Gast zu haben. Aber ich glaube, wir brauchen es gerade noch nicht. Nee, wir haben uns. Wer weiß vielleicht, wenn dann die Leute Promotour machen und dann uns... Ja. Ja, wenn viel Geld fließt. Ich meine, Jason Lenning würde ich nehmen. Ja, klar. Der soll mal ein bisschen erzählen von seinen Flop-Filmen, die er alle gemacht hat. Das habe ich mich auch gefragt. Das ist ein großer Schauspieler und der ist nicht der einzige große Schauspieler. Wie haben die die für diesen Film? Die müssen doch das Drehbuch davor gelesen haben. Vermutlich, ne? Ich denke, Geld wird die Antwort sein. Na gut. Und es hat sich auch ganz toll gelesen, die Story. Wirklich? Ja. Die Beschreibung? Ja. Von dem, was immer bei der Text angezeigt wird. Genau, vielleicht haben die nur sowas geschickt. Kleinen Beschreibungstext. Ja. War so, wow, super Story. Das Ende habe ich gar nicht gelesen. Du, dann beim Ende müssen wir einfach mal gucken. Wir haben jetzt noch nicht das Budget, deswegen wissen wir noch nicht, was wir da umsetzen können. Ja, genau. Aber ich meine, das wird toll. Ja, kann ja nicht schlecht werden. Wenn ihr alle dabei seid, kommt Leute, dann wird das was. Wenn Jason Lenning dabei ist. Ja. Wir müssen uns langsam an unseren Weihnachtsfilm machen, den wir ja produzieren wollen. Stimmt, deswegen ist es bald Sommer. Da müssen wir eigentlich drehen. Wir müssen gefilmt werden, ja. Aber ich denke, das mit dem Baby, das kriegen wir schon unter einen Hut. Na klar. Das sollte doch kein Problem sein. Also brauchen wir eine Schwangere in dem Film, weil jetzt wäre noch ein Moment, können wir uns ja noch überlegen, ob da wegen Jesus auch Geburt hier. Oh, gute Storyline. Vielleicht die in die Neuzeit bringen. Mhm. Ich denke, dass… Jesus ist ein iPad-Baby. Wäre irgendwie cool. Ja. Sehe ich auf jeden Fall. Könnten wir machen. Wir können dann auch einen Zeitsprung machen. Dann ist dein erstes Kind quasi so vier Jahre später. Ja, und dann können meine Kinder dann so gegenseitig sich spielen. Weißt du, was ich meine? Ich fände es jetzt auch gut, wenn die langsam mal in die Öffentlichkeit gehen und auch mal langsam in meine Fußstapfen treten, weil Mama ist müde. Kann auch mal jetzt hier die das Geld für mich verdienen. Ja, finde ich auch. Oder? Und dann können wir am Anfang das Baby, also erst mal nicht als Schwangere noch, dann zwei Wochen später, das wird ja ungefähr, dann wissen wir ja, ne? Dann ist das Baby da, dann können wir das Baby, Babys born, wir können auch die Geburt aufnehmen, dann haben, falls wir es brauchen, haben wir. Gute Quote. Haben wir es für den Film. Und dann vier Jahre später und dann können wir die Große nehmen. Finde ich gut. Ja. Wir können ja auch die Haare kurz schneiden, dann kann sie auch Jesus sein, weil mit langen Haaren geht das ja nicht. Achso, Moment, Jesus. Ja, ein sehr moderner Typ. Ja. Nur schon mal als Vorwarnung, die Mutter muss sterben. Also du wirst in der zweiten Hälfte des Films nicht mehr mitspielen dürfen. Nee, aber ich bin auch müde. Ich möchte mich ja dann auch ausruhen, ist kein Problem. Du bist ja, kannst ja Josef sein, wenn du möchtest. Bin geübt. Ja. Im Krippenspiel noch. Eben, das ist deine Rolle, auf die du dich dein ganzes Leben lang vorbereitet hast. Bin seitdem auch nicht mehr aus der Rolle gegangen. Und Clarissa kann Schäfchen sein, schwarzes Schaf. Ja, sehr süß. Oh, das war echt süß. Schwarzes Schaf, dass sie scheiße frisst. Passt ja auch dann wieder zum Stall und zu dem ganzen Thema, dass sie da im Schmutz sein wird. Die macht dann auch immer so Interviews. Sie macht Interviews oder sie gibt Interviews? Also ich würde sagen, wir machen dann auch so Mockumentary-mäßig, dass sie dann so im Interview sitzt und sagt, ach, ich musste so viel Scheiß die letzten Jahre fressen. Das Konzept steht, wehe, das klaut jetzt jemand. Ja. Ja, ja, die werden, die schreiben schon mit. Jason Lemming. Hör auf, stop it. He's also fluent in German. Yes. Deswegen müssen wir auf Englisch mit ihm sprechen. Gut, bevor wir uns jetzt hier alle Ideen selber wegnehmen, weil die dann niemand klaut, würde ich sagen, wir machen das Redaktions-Meeting weiter, oder? Ja, genau. Wir recherchieren das doch mal mit den Seepferdchen. Und ihr könnt uns ja auch Feedback dazu schreiben, falls ihr zufällig Seepferdchologinnen seid. Ja. Wie man ja sagt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde irgendwie total süß, dass es Seahorse und Seepferdchen ist. Ja, das stimmt. Eigentlich müsste es Seahorsi sein, weil es Pferdchen ist. Pferdchen ist. Stimmt, ja. Aber es ist süß, dass die Übersetzung so eins zu eins funktioniert. Heißt das eigentlich wirklich Seepferdchen und nicht Seepferd? Ja. Ich habe jetzt ein bisschen zu lange darüber nachgedacht und dann ist es komisch. Seepferd gibt es, glaube ich, nicht. Ja, stimmt. Seahorse of the Sea. Ja, vielleicht wegen Seahorse habe ich das jetzt… Seahorsi. Klar, wenn man so bilingual… Ja, na klar. Na gut. Na ja, abschließend wird es ein Good Day, Sir. Good Day, Reiters 5 Stars und subscribe to the channel. Yes. I feel very aufgehoben. Ja, because everybody… Also jeder ist so, wie er ist. Yes, and that's what I love about it. Und damit… Adios. Adios. Tschüss. Adios. So. Adios. Adios. Vielen Dank.